Advent, Advent, was code ich da? Ich glaube, ich bin dement. Ja, herzlich willkommen zum vierten Türchen von unserem Adventskalender, Advent of Code, nein halt, stopp, zum dritten, zum dritten Türchen Adventskalender. Ähm, ich glaube, ich bin wirklich dement. Und zwar geht es heute um das Tobogun Trajectory, wo wir eine, ähm, eine Challenge wieder mal lösen wollen im Advent of Code Adventskalender. Wie gesagt, ähm, alle Infos dazu findet ihr im ersten Video hierzu, ähm, da erkläre ich eigentlich alles. Und ja, das Thema heute, das Ziel heute ist das Zählen von Bäumen. Ich habe mir schon mal das Ganze durchgelesen, weil, ähm, ja, es ist ein bisschen komisch, wenn ich hier, naja, komplett unvorbereitet reingehe. Zumindest die Challenge möchte ich mir natürlich mal für euch durchlesen vorher. Und zwar, ähm, die Punkte hier sind keine Bäume. Die Hashtags oder Teppichzeichen, Rauten, was auch immer ihr das nennen wollt, oder wie auch immer ihr das nennen wollt, sind Bäume. Das hier sind wieder keine Bäume. Der Clou dahinter ist allerdings, wir bekommen das hier und es ist quasi wegen irgendwelchen genetischen Varianten oder sowas, geht das unendlich weiter in das neue, ähm, also in ein neues Ding. Das heißt, es wiederholt sich permanent. Also hier haben wir quasi, das ist das, was wir hier oben stehen haben und danach geht es einfach direkt nochmal weiter und so weiter und so fort. Also es geht unendlich mal weiter und wir sollen jetzt zählen und zwar auf eine ganz komische Art und Weise. Und zwar, wir fangen oben links an bei 0, 0, 0, gehen 3 nach rechts, also 1, 2, 3 nach rechts und dann 1 nach unten. Hier sollen wir zählen, ist hier ein Baum oder ist hier kein Baum? Und dann geht es genauso weiter, also 1, 2, 3 nach rechts, 1 nach unten. Ist hier ein Baum oder ist hier kein Baum? Hier ist offensichtlich ein X, also ich nehme an, dass ein X ein Baum ist. Und das sollen wir quasi zählen und wie viele Bäume bekommen wir hier? Und das ist unsere, unser Puzzle sozusagen und ja, wir schauen uns das Ganze jetzt mal an. Den Rest habe ich noch nicht wirklich vorbereitet, ähm, das ist unser Puzzle und, ähm, oh, das ist ja fies. Ist das hier hinten ein, ein leeres Zeichen? Ist das ein leeres? Oh, okay, ähm, was ich tatsächlich schon mal gemacht habe, ah, apropos genau, ähm, ich habe alles auf Git natürlich hochgepusht, da könnt ihr euch auch meine, meine Sachen forken, wenn ihr wollt. Ihr könnt auch was bei mir reinpushen, ähm, ähm, muss ich mal gucken, ob ich die wirklich alle merchen kann. So, okay, hinten ist offensichtlich wirklich nur ein New Line, das ist fein von euch. Ähm, genau, ich habe, wie gesagt, schon mal die beiden Dateien erstellt, 3, da kommt die Challenge rein und 3.py ist unsere Lösung. So, und ihr habt euch jetzt gewünscht, dass ich nicht mehr mit With arbeite, weil ihr With irgendwie umständlich findet oder sowas. I don't know, ich mag With eigentlich, weil dann sehe ich direkt von wo bis wo die Datei gültig ist und wo ich sie auch wieder geschlossen habe. Aber egal, wir machen das jetzt so. Wir öffnen 3 und, äh, wir lesen natürlich alles ein. Das heißt, wir sagen hier, ähm, 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 Biom oder sowas. Biom nennen wir es einfach mal Biome. Schreibt sich das, glaube ich, im Englischen. Ähm, lesen wir ein als, ähm, Line, ups, Line vor, Line in F. So irgendwie. Okay. Und, ja, jetzt haben wir quasi alles drin. So, jetzt ist natürlich der große Clou hier an der Sache, wir haben nur eins davon bekommen. Das setzt sich allerdings hier unendlich fort. Und wir könnten jetzt natürlich hier unendlich mal das nebendran packen, aber es ist ein bisschen umständlich. Wie gesagt, wir gehen hier 323 Zeilen bei mir nach unten. Ähm, das muss nicht sein. Wir wollen einfach, wie gesagt, nur zählen. Wir gehen drei nach rechts, eins nach unten. Wir müssen oder wir sollten eigentlich auch nicht alles nebendran nochmal kopieren. Ähm, deswegen machen wir das mal ein bisschen anders. Und zwar, wir speichern uns natürlich unsere Position ein, also unsere Position ein. Wir starten, wie gesagt, bei 0,0. Das ist ja vorgegeben. Das haben wir gegeben. Und wir sollen, ähm, nach, äh, rechts, glaube ich, also right, sollen wir drei Schritte gehen. Und nach unten, also down, sollen wir einen Schritt gehen. So, und dann brauchen wir noch den Counter, damit wir wissen, wie viele Bäume wir haben. Weil natürlich nicht an jedem Ding ein Baum ist. Also nur die, nur die Hashtags hier sind Bäume. Der Rest eben nicht. So, und dann können wir eigentlich schon das Ganze mit unserer Wildschleife machen. Und zwar, ähm, wie lange wollen wir denn weitergehen? Naja, wir wollen weitergehen, bis wir ganz unten angekommen sind. Soweit sollen wir zählen. Und zwar sagen wir dann hier Position von 0. Das ist ja hier die Höhe. Also nochmal ganz kurz hier, ähm, ich will nochmal kurz was hier definieren. Und zwar, wenn wir Biom, ups, unser Biom von, das ist wahrscheinlich völlig falsch verwendet. Man nennt das Ding nicht Biom. Oder schreibt mir das gerne mal unten irgendwie rein, ob man das wirklich Biom nennt. Ähm, genau. Also, wenn wir das jetzt ausführen, dann ist Biom von 0 eine Zeile. Ja, das bedeutet so ein Ding. Diese Zeile ist allerdings, zumindest in der Theorie, unendlich lang. Das bedeutet, das ist nicht unsere Höhe. Unsere Höhe ist eigentlich das ganze Biom hier. Das heißt, die Länge von Biom ist unsere Höhe. Und die ist 323. Das heißt, das ist das, was wir hier haben wollen. Das heißt, wenn wir mit der Position, also wir machen das eigentlich, Moment mal. Wir machen das insgesamt 323 Mal, oder? Also, vor, eigentlich brauchen wir das gar nicht. vor i in Range von, ähm, len von Biom, ups, Biome minus 1 allerdings, weil wir das letzte nicht haben dürfen. Ähm, dann brauchen wir eigentlich Position gar nicht. Position, ähm, dann brauchen wir Position X oder sowas. Dann haben wir das hier gerade so mal umgeschrieben. Okay. Und zwar machen wir dann, ähm, ich nenne das Ding jetzt hier mal Position Y, damit wir es einigermaßen klar haben. Vor Position Y in Range von der Länge des Bioms. Und zwar gehen wir dann nach unten quasi permanent. Aber wir müssen natürlich auch immer eins nach rechts gehen. Aber jetzt machen wir erstmal unseren Counter hier. Also, das heißt, if, ähm, ja, if unser Biom an der Stelle Position X. Ne, Moment, stopp, Position Y. Wir müssen natürlich zuerst das Y nehmen. Anschließend Position X. Wenn das gleich diesem Teppichzeichen ist, Raute, Hashtag, ähm, dann ist unser Counter plus gleich 1. Ups, 1. Ähm, ansonsten natürlich nichts. Also ansonsten machen wir nichts. So, und dann müssen wir unsere Position updaten. Die Position Y wird so oder so immer 1 erhöht. Das ist klar. Aber, ähm, die Position X müssen wir natürlich auch verändern. Und zwar ist die Position X erstmal Position X. Wir addieren allerdings, ähm, right drauf. Ah, genau. Hier könnten wir noch, na wobei, das ist erstmal okay so. Ähm, wir addieren right drauf. Also unsere nach rechts Schritte addieren wir drauf. Und dann sagen wir, wir wollen das Ganze, also wir müssen ja irgendwann, wenn wir hier rechts bei rauskommen. Also zum Beispiel jetzt sagen wir einfach mal, wir laufen hier nach rechts durch. Und irgendwann landen wir hier. Dann müssen wir ja wieder hier vorne anfangen. Weil im Ende, äh, hier vorne anfangen. Weil im Endeffekt geht das Ding hier hinten dran weiter. Quasi unendlich. Also ich kann das ja einfach so hier hinpacken. Das bedeutet für mich, ich rechne das Ganze natürlich modulo. Und zwar, ups, modulo, ähm, der Länge von Biom, äh, ja, genau, von 0. Ups, 0. Ähm, und wenn ich jetzt sagen wir mal hier 10 Items habe. Ich mache das mal kurz hier rein. Nehmen wir einfach mal an, unser Biom ist, äh, irgendwie sowas. Oh ja, ähm, natürlich. Okay, das ist schon allein ein, ein Kommentar. Ist egal. Ja, ähm, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So, wenn ich jetzt, sind es wirklich 10 Zeichen? Zwei, vier, sechs, acht, okay. Ähm, wenn wir jetzt hier modulo 10 rechnen, dann haben wir hier immer Einträge zwischen 0 und 9. Das heißt, die Länge unseres Bioms 10, äh, wenn wir da modulo rechnen, haben wir immer Einträge zwischen 0 und 9. Das sollte eigentlich ganz gut passen, soweit. Okay, ähm, dann würde ich sagen, haben wir es eigentlich soweit, oder? Dann müsste das eigentlich hier... unseren Counter ergeben. So, jetzt wären wir 98. Okay, schauen wir mal, ob das richtig ist. Ich glaube, ich habe mich dieses Mal ein bisschen vertan. Einzelne Sachen müssten hier noch verbessert werden. So, ähm, und Puzzle Input Submit. That's not the right answer. Verdammt! Ähm, hehehe. Return to Day 3. Okay, was haben wir falsch gemacht? Ähm, wir haben uns berechnet... Ich glaube, wir haben hier hinten tatsächlich eine Zeile zu viel aufgeräumt. Wenn wir das machen, dann sind wir bei 99. Lass uns mal die 99 probieren kurz. So, 99 und... That's not the right answer. Okay, irgendwas haben wir falsch gemacht. Ähm, schauen wir nochmal nach. Okay. Gut, dann würde ich mal sagen, wir machen hier mal einen Breakpoint rein und gucken uns das Ganze mal an. So. Also, wir haben hier das Biom. Ähm, das ist das hier. Und zwar das Erste ist... Äh, oh je. Ah, ah, wir haben das Backslash N hinten noch. Ah, ist das fies. Okay, logisch. Ja, oh man, das habe ich ganz vergessen. Ähm, äh, äh, äh. Line.replace Backslash N. Ähm, mit nichts. So, stop and rewrite. Jetzt haben wir 159. Wahrscheinlich war das wirklich das Backslash N. 159. Gucken wir mal. Okay, und... Ja, okay. Das war richtig. Jetzt continue to Part 2. Also, Achtung mit dem Backslash N. Das ist natürlich fies. Ähm, so. Oh, oh, okay. Ähm, time to check the rest of the slopes. You need to minimize the probability of a certain, äh, boreal stop after all. Den Teil habe ich jetzt natürlich noch nicht gelesen. Es tut mir leid, den kann ich nicht vorher lesen. Aber wie gesagt, das normale Rätsel habe ich mich ein bisschen natürlich eingelesen, damit ich es für euch vorschlagen oder vorlesen kann, aber so jetzt nicht. Und wir wollten das Ganze hier ein bisschen ungeschnitten machen, so. Determine the number of trees you will encounter. Also, im Endeffekt andere Slopes. Write 1, down 1. Write 3, down 1. Ähm, write 5, down 1. Ähm, was müssen wir denn machen? What do you get if you multiply together the number of trees encountered on each of the listed slopes? Okay, ähm, write, das kopieren wir uns mal. This is the slope you already checked. Okay, wir wollen natürlich eine komplett programmatische Lösung haben. Das heißt, wir wollen das Ganze hier nicht irgendwie 50 Mal machen. So, und zwar sagen wir jetzt hier, write down. Ich wollte das nur hier, damit wir das auch direkt haben. So, ähm, ja gut, dann würde ich vorschlagen, machen wir hier einfach eine Liste draus. Ähm, und zwar haben wir hier write 1, 3, äh, 5, 7 und 1. Und down haben wir 1, 1, 1, 1. Hey, 1 und 2. So, dann können wir die wieder löschen hier. Und dann haben wir natürlich auch verschiedene Counter. Das heißt, wir haben hier eine 0, ähm, vor Bodenstrich in Range von Len von Write. Oder wir können es auch einfach in, äh, vor 5 machen oder sowas. Aber so, okay, sehr gut. Jetzt haben wir hier sozusagen den Counter. Ähm, und zwar sagen wir jetzt hier 4i in Range von, ähm, Geht mir kurz, von Len von Write. Wollen wir folgendes machen, das einmal einrücken. So, und hier müssen wir jetzt natürlich erstmal die ganzen Variablen uns definieren. Ähm, ich nenne es jetzt einfach mal List Write und List Down. Und ja, ich weiß, das ist der Lazy Approach. Ihr könnt mich gerne dafür flamen. Aber ich finde den eigentlich schön übersichtlich und mag den eigentlich ganz gerne. So, ähm, okay. Okay, List Write und List Down. So, das heißt, wir bekommen hier unser Write natürlich. Äh, Quatsch, was habe ich getan? Das sollte natürlich Write sein. Ähm, das ist eigentlich richtig. List Counter müssen wir hier noch machen. List Counter. Okay, genau. So, und ja, jetzt ist unser normaler Counter natürlich gleich, äh, 0. Und unser Write ist gleich 0. Und unser Down ist gleich, äh, ja. So, unser normaler Counter, das brauchen wir eigentlich gar nicht, ne? Ähm, all together, so, ist gleich 0. Ähm, unser Counter ist 0. Unser Write ist, äh, ist 1 natürlich hier. Unser Counter ist 0. Unser Write ist, äh, List Write von i. Unser Down ist List Down von i. So, unser Write haben wir jetzt hier. Unser, äh, Counter haben wir hier. Hier unten müssen wir jetzt tatsächlich den All-Together-Counter noch mal gleich Counter rechnen, sonst funktioniert das nicht. Und dann wird es unübersichtlich, das ist eklig. Und hier müssen wir jetzt tatsächlich noch das Down reinkriegen. Ähm, und hier vielleicht eine ganz kurze Erklärung, was ich jetzt tun möchte. Ähm, und zwar das Down können wir hier direkt in Range reinpacken. Range von, ähm, 0,5,2 ist im Endeffekt, ach ja, 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 deck mich doch. Ist, List von Range, genau, ist 0,2 und 4. Also wir können hier quasi die Schrittweite angeben. Wir müssen allerdings dann auch den Startpunkt angeben. Das heißt, wir müssen hier von 0 bis zur Länge des Bioms und zwar in Down-Schritten gehen. Also wir erhöhen jedes Mal unsere Position Y um Down-Schritte. So, und dann sollte hier der All-Together-Counter am Ende ausgegeben werden, der natürlich mal gleich Counter immer gesetzt wird. Wir lassen uns hier aber auch noch den ganz normalen Counter mal die ganze Zeit ausgeben. Print Counter. Das würde mich nämlich persönlich auch interessieren, wie viel wir da immer finden. Hui! Okay, also, ähm, passt das? Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Sachen. Und, Moment, da stimmt schon wieder irgendwas nicht. Haben wir nicht den da vorhin schon gerechnet? Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas haben wir kaputt gemacht. Das waren vorhin über 100. Irgendwas stimmt hier nicht. Ähm, ich glaube... Ja, natürlich, weil wir, ja logisch, weil wir Position X nicht resettet haben. Position X muss jedes Mal auch resettet werden, dass wir wieder vorne anfangen zu zählen. Ähm, sonst funktioniert das ja nicht. Genau, also Counter, Position Y resettet sich automatisch. Das ist unsere Zählvariable, aber Position X nicht. So, jetzt sieht das besser aus. 159 sind das gewesen. Sehr gut. Okay, das sollte jetzt potenziell zumindest unsere Lösung sein. Können wir natürlich erst wissen, wenn wir das hier auch submitted haben. Wunderbar! Und wir haben es wieder geschafft. Das war Tag 3 und nicht, wie ich am Anfang behauptet habe, Tag 4. Ähm, ja, super. Ähm, freut mich, dass ihr so lange dabei gewesen seid und immer noch mitmacht. Und ich hoffe, ich konnte euch auch damit vielleicht ein bisschen was Neues erzählen oder zeigen oder wie auch immer. Genau. An der Stelle, vielen Dank, dass ihr dabei wart und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.